Das ist durchaus dasselbe. Wie läuft Worker? Was hat das mit dem Entfernen von Steam aus sich? Wie kann man es noch spielen, wenn man es bereits gekauft hat? Ich fange mal von hinten an. Wenn du es schon gekauft hast, kannst du spielen. Kein Problem. Wie läuft Worker sonst so? Bei mir läuft es gut. Also, wir haben viele Baustellen. Ich habe ein bisschen das Zwecksyndrom. Und baut zu viel auf einmal. Und dann dauert es halt super lange, bis sie fertig werden. Und der erste Winter tat schon weh. Aber ansonsten läuft es wirklich ganz gut. Und was ist auf Steam passiert? Ja. Auf Steam folgendes ist passiert. Also, irgendein Dude, irgendein Spieler meinte, ey, eine Realismus-Mod wäre doch richtig gut. Und die Entwickler haben sich wohl gesagt, eine gute Idee. Wir machen jetzt eine Realismus-Mod. Spieler denkt sich, ihr habt eine Realismus-Mod gemacht. Das war meine Idee. Ich verklag' euch. Warum auch immer. Richtig dumm eigentlich. Ich weiß nicht. Wenn mir das Spiel gefällt, ich habe eine Idee und die übernehmen das, dann bin ich in der Regel eher stolz, dass sie die Idee übernommen haben. Aber gut. Scheint wohl ein interessanter Mensch zu sein, der das einfach mal gemacht hat. Und dann, ja. Und deswegen haben sie gerade eine, ich glaube das ist eine DMCA-Klage. Gerade am Laufen. Was irgendwie super weird ist. Aber gut. Es ist ganz, ganz komisch. Deswegen ist es aktuell auf Steam nicht verfügbar. Ich gehe schwer davon aus, dass es bald jeder Tag sein wird. Alles andere würde mich sehr wundern. Können wir bitte mal irgendeinen Monat haben, wo wir auch was an Geld verdienen? Das wäre echt klasse. Ich würde gerne mal positiv aus so einem Monat rausgehen. Ich meine, solange wir nicht mehr exportieren, wird das auch nichts. Und solange wir keinen Stahl haben, wahrscheinlich auch nicht. Keinen eigenen. Vielleicht irgendwann mal mit der Lebensmittelindustrie. Aber da kommt einfach noch nichts. Kannst alles im Discord nachlesen. Im sozialistischen Anzeiger. Stimmt. Bei Zweck auf dem Discord. Gibt es ein Thread, ne? Das müsste ein Thread sein. Wo du das lesen und nachlesen konntest. Aber das war, glaube ich, Markus. Korrigiere mich. Aber ungefähr so war doch die Geschichte. Das passt schon, ne? Glaube ich. Hoffentlich. So. Straßen werden hier fleißig gebaut. Was bringt er? Bringt ein Roller. Achtung mal. Wer muss hier noch rollen? 17 Tage lang. Oh man, oh man, oh man. Ungefähr ja. Okay. Werfen. Als ich was vergessen habe, ne? Scheuen sie sich nicht, äh, zu sagen. Das ist unglaublich dämlich, ja. Das ist im Endeffekt, das ist einfach nur unglaublich dämlich. Das ist eins zu, ja. Ja. Plus eins. Es ist einfach nur unglaublich dämlich, diese Geschichte. So, dann hätte ich ganz gerne mal die Verbindung. Achso, ähm. Achso, lol. Lol, lol, lol. Easy. Das kann ich ja hier dann auch machen. Genau, 30% möchte ich hier mal drin haben. Das gilt ja dann einfach für alles, ne? Das gilt dann ja für die Bretter, für die Ziegel, für die Platten. Das ist ja alles für 30%. Easy. Ich bin nochmal raus, wünsche noch viel Spaß und danke nochmal für den Shoutout. Ja, klar. Gerne doch, Philipp. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg, äh, bei deinen Karnevalsaktivitäten. Und hab noch einen, hab noch einen bezauernden Abend, mein Lieber. Darf stehen. Später. Äh, nanananana. Äh, ich kann's auch nicht alles hier zusammenfassen. Da will ich morgen noch dran sitzen. Aber wie gesagt, siehe Discord. Ja. Genau. Hoff, äh, in ganz kurz passt es schon, aber in, ähm, es ist halt trotzdem ein Bild. Ja. Ist das unser, unser, unser Standard? Oh, die ersten Arbeiter. Nein. 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 Sie geht in die drinnen. Okay. Oh Mann. Wir haben hier 160 Leute auf der Baustelle. Was? Was? Wir haben 160 Leute auf der Baustelle, aber niemand ist, der auch ansatzweise sinnvoll ist. Der Mann sagt ja fast nicht alles zusammen. Uh. Kannst du Copy-Paste machen? Ah, was? Kannst du ja auch Copy-Paste machen. 13 Leute ohne Job. Das ist aber unrealistisch. Geh doch einfach in die Uni. Gehen wir das denn schon besser hin? Hm, 105. Es werden mehr, aber ich glaub das kommt daran, dass wir, dass wir, dass wir hier Leute einladen, ne? Ein paar Leute werden dann hier immer eingeladen. Mal schauen. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir hier oben weiterkommen. Wo ist es hier denn? Achso, Leute. Na klar. Die Straße macht er hier rein. Das passt schon. Na guck mal, die finden, das ist ein kleiner Springbeginn, ne? Den, den machen sie fertig. Das ist immer wichtig, dass er kleine Springbeginn läuft. So, ansonsten, das ist den Leuten nicht zu kalt. Das ist super wichtig. Das ist mir, mir auch ein dringendes Anliegen, dass es den Leuten nicht zu kalt wird. Sehr schön. Und dann kann er direkt hier runter liefern. Das sind eh ne Kipper hier, ne? Ja. Oh, unsere Kies-Freunde. Zwölf. 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 Okay, sind auch alle voll. Mein Englisch ist nun nicht mehr so gut. Oh ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Oh no. Hm, fehlendes Gerichtsgebäude. Oh Gott. Und nach dem fehlenden Gerichtsgebäude, wissen wir jetzt schon was fehlt. Nach dem fehlenden Gerichtsgebäude fehlt ein fehlendes Gefängnis. Ich möchte eigentlich noch kein Gerichtsgebäude bauen. Dafür ist mir Blauberg auch einfach nicht groß genug. Ich weiß gar nicht wieviel Einwohner Blauberg hat. Achso, wissen wir natürlich. 3.300. Oh Gott. Tut mir leid. Ähm. Ich glaube, die haben das selbe Problem. Kommen ja aus der Slowakei. Ah, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn du einmal drin bist, geht's. Arbeitslosigkeit ist hoch. Wo? 5 Leute ohne Job. 5 Leute ohne Job. 5 Leute ohne Job. Amin. Die Rennerei ist voll. Jedes Mal. Was ist denn mit unserer Dingenslinie eigentlich? Hm. Wohin gehen die? Nach hier müssen die gehen. Sweet Go. Sweet Go. Sweet Go. Hier. Was für Arbeiter? Hm. Tier und auch Arbeiter. Das ist der sogar. Also der muss ja jetzt gleich voll sein. Okay. Ist die Verbindung nicht richtig hier? Die Verbindung passt nicht. Oh nein. Die ist hier nicht richtig dran oder was? Deswegen geht's hier nicht voran. Oh Gott. Okay, dann lassen wir den mal jetzt gleich hier runterdösen. Weil dann haben wir gleich Nahrung und können Dinge tun. Es brennt ein Gebäude. Ui, das erste Mal ist ein Gebäude brennend. Das ist ganz schön. Oh, da ist schon was auf dem Weg. Sehr gut. Ne, ist schon da sogar, ne? Ist schon da? Ne, Fortschritt des Feuers. Nein, das ist noch nicht da. Lauch, mein kleiner Lauch. Wie bist du? Oh mein Gott. Fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. Komm schon. Komm schon, Feuerwerdo. Feuerwehrmann Sam. Nicht noch tanken. Weiter. Genau. Überholen. Überholen. Oh Gott. Nein. Der Bus ist im Weg. Ihr wollt beide zur Bushaltestelle. Nein. Puh. Okay. Alles gut. Oh Gott. Ohne Mamm kein Kampf, gell? Ja, so ungefähr. Äh, Englisch, äh, in den Weeports ist gut. Ich meine nur, dass das, äh, nicht die Muttersprache ist. Ja, das, 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 das stimmt. Oh ja, 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 ja. Der war aber close hier. Das war Miroslav. Miroslav Klose. War neuer Krankenwagentyp. Sehr schön. Wo wollt ich ihn jetzt hin? Hier wollte ich hin. Wir produzieren Essen. Das nur, weil wir hier einen Meter vergessen haben. Okay. Ähm, das erste, was wir machen werden, ist neue Autos kaufen. Trockenmassen-Tank. Nein. Offene LKWs. Nein. Schlossene LKW. Ja. Einer Tonnen kann der mitnehmen. Viel mehr brauchen wir auch nicht, ne? Einen davon. Einen davon machen wir. Neue Station. Hier wird g laden. Gucken wir mal. Nicht entladen. Nahrungsmittelfabrik wird B laden. So. Nahrung. Und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss er natürlich noch da. Hier kann entladen werden. Äh, hier kann entladen werden. Mh. Brauchen die Nahrung? Feuerwehrwache braucht... Nahrung? Die Kneipe braucht... Ne, die... Ne, 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 ne. Jetzt können wir... Dumm. Weiß noch nicht, was die Feuerwehr da brauchen soll. Äh, braucht das Gef... Fing, sag ich schon... Krankenhaus. Brauchen auch nix. Mh. Mh. Das ist eine Kneipe. Mh. Haben wir noch mehr Geschäfte, ist die Frage. Ich glaube nicht. Wir haben zwei Geschäfte, ne? Hier oben das und das hier unten. Ich glaube, das war's. So, der holt sich direkt mal 3,2 Tonnen und bringt das direkt ins kleine Einkaufszentrum. Richtig cool. Vielleicht ist eine Feuerwache, äh, dann eine Investition wert. Äh, kommt. Kommt, kommt. Tatsächlich. Hier bauen wir auch eine Feuerwache auf. Ja. Gut. Ähm. Wir machen das so. Kompetenz. Das war natürlich kompetent. Äh, aber gut, dass uns sofort aufgefallen ist. Oder früh genug aufgefallen ist. Äh, so. So, ich möchte euch ganz gerne... Äh, bbbbbbb... Verlegen. Lein. Wenn ich all die Stadt gehe. Ich möchte euch einmal verlegen. Mh. So. Niemand wohnt hier. Das ist auch mehr als korrekt. Die sollen mal lieber hier wohnen, weil da oben ist noch nix. Und die haben auch komplette Heizungs- und sonst was Probleme hier natürlich. Temperatur, Strom, das fehlt natürlich alles noch. Weil das noch nicht geplant ist. Oder geplant war. Markus, danke für das Nachfragen. Sonst wäre es hier, glaube ich, das wäre, glaube ich, untergegangen. Der Spaß hier wäre, glaube ich, untergegangen. Äh, genau so. Dann können wir sagen, kauf das bitte nicht mehr ein. Wir kaufen keine Nahrung mehr. Ich hoffe, das klappt. Und hier auch. Wir kaufen das nicht mehr. Ah, guck mal, der kommt hier sofort an. Perfekt. Man kann es hier direkt rausbringen. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr als zwei von diesen Autos hier brauchen. Ja, und das funktioniert auch. Wunderbar. Klasse. Sehr schön, sehr schön. Muy bien, muy bien. Insgesamt, also mir gefällt die City. Muss ich sagen. Wie gefällt sie mir? Dieses Runde gefällt mir. Ich bin ja eh nie so der, 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 der Gitter-Mensch. Also so ein komplettes Straight-Gitter finde ich immer ein bisschen, ne. Nicht so cool. Das holt mich immer nicht so ab. Ah ja, die technischen Dienste brauchen wir hier noch ein bisschen. Aber. Und was wir noch machen können. Ich weiß nicht, ob es zu weit ist. Ah, es ist definitiv zu weit. Wir brauchen... Wir können demnächst auch anfangen zu exportieren. Wir können demnächst auch mit dem guten alten Export anfangen. Wir brauchen allerdings dafür noch entsprechend... Wir brauchen natürlich entsprechend noch Dinge. Wir brauchen hier keine Mitarbeiter. Warum nicht? Die Busse nicht schnell sind. Ansonsten Kohle sieht gut aus. Kohlenerd sieht gut aus. Das ist mal das Wichtigste. Wenn das da ist, ist es schon mal die halbe Miete. Und die andere halbe Miete, die fährt die mit dem Bus. Die brauchen wir technischen Dienste. Das nützt nichts. Hier brauchen wir noch ein paar technische Dienstleistungen. Will ich aber nicht da oben hinsetzen. Die würde ich auch hier unten ransetzen wollen. Wenn wir das hinkriegen. Bauen wir auch sofort. Mehr aus Versehen als absichtlich. Aber... Ja. Ihr kennt das. Für Rubels. Ne, nicht. Das für Rubels. Es gibt einen neuen Schneefühl. Der ist langsamer. Fluggeschwindigkeit ist aber schneller. Hoffen wir mal. Schau mal, wie weit geht das hier raus? Wie unnötig wird's? Oh ne, das geht. Bis hierhin ist es okay. Dann macht er dann halt hier in die Richtung noch mehr. Oh ne, dann können wir es auf 1000 machen. 1000 reichen hier. Genau, dann macht er hier genau bis zur Grenze von der Stadt. Das ist doch ganz cool. Das ist doch super. Das ist doch klasse. Da fahren auch direkt alle los. Ja, alle nicht. Aber es fahren direkt ein paar los. Wenn wir jetzt sagen, wir würden 2000 fährt, dann fahren die anderen doch auch los, oder? Na, die anderen beiden. Nein? Okay. Alles aus bei 1000. Keine Mitarbeiter, aber das ist nicht ganz gut in der Artisch hier, Gott sei Dank. Ohne Strom von anderen, wir haben keinen Strom. So haben wir noch keinen Strom. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Und da kommt schon der Nächste. Ich würde ganz gerne das Ganze auch mehr als an 19 Leute in die wir setzen dürfen. Das wäre echt nett. Das wäre wirklich nett. So, und jetzt haben wir... Ah, guck mal. Ah, so langsam wird es doch. 113. Ich glaube, wir haben noch niemanden selber ausgebildet. Sack, niemanden. Oh, Mann. Ist ein B eigentlich noch da? Wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht verzehrt habe, haben wir noch 15 Minuten vor uns. Wegen dem Kiritus ab. Richtig? Alles klar, nice. Ein Glück. Also langsam bin ich auch... Bin ich auch in den Medien. Ich meine, es macht unfassbar viel Spaß. Bevor ich angefangen habe, das Spiel zu streamen, war immer so... Ah, hast du Bock? Hast du keinen Bock? Ich weiß es nicht. Aber seit gestern liegt, glaube ich, auch daran, dass ihr am Start seid. Macht halt auch echt Spaß. Ich meine, solange es funktioniert, macht es halt immer Spaß. Ich wollte ursprünglich um 18 Uhr, ja, um 18 Uhr habe ich gesagt, eigentlich wollte ich den Stream beenden. Und dann hieß es, nein, ich werde den Stream noch nicht beenden. Und dann habe ich gesagt, komm, 18.30 Uhr und dann hat der MB die Idee, ach komm, für jeden Sub 15 Minuten länger. Ja, und hat dann mal eben elf Subs rausgehauen. Und wir sind dann bei 20.45 Uhr, sind wir jetzt als offizielles Streamende. Was auch mehr als in Ordnung ist. Ich wollte mal, haben sie nicht mal gefragt, ob so geht, wenn es jetzt beendet. So was geht ja gar nicht. Ist das schlecht für mich gewesen. Nee, 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 nee. Okay, äh, Markus. Wir haben aber auch gesagt, 21 Uhr ist Feierabend. Wir haben auch gesagt, 21 Uhr ist Feierabend. Das heißt, äh, ist 21 Uhr machen wir jetzt. Nein, 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 Markus, nein. Auf, 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 auf. Danke, danke euch beiden für, für, für die Subs. Einmal ein Marine-Soldat. Oh, der ist, das ist cool und Konsti. Äh, vielen lieben Dank euch beiden für, für eure beiden Subs. Aber, ähm, äh, 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 21 Uhr war Maximum. Deswegen, das muss ich natürlich noch, noch dazu sagen. Aber, ne, nix da, 21 Uhr 15. Das ist schon 21 Uhr. Das Maximum bleibt, das Maximum bleibt, dann sind wir, dann sind wir auch bei 8 Stunden. Dann sind wir auch bei 8 Stunden streamen und das ist schon echt, echt anstrengend. Ich wundere mich, dass mein Rücken mitmacht. Also, ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie anders sitze, dass es passt. Und dass ich mal nicht sterbe. Aber es, äh, scheint zu funktionieren gerade, das ist doch ganz cool. Ich, äh, wollte auf 21 Uhr erhöhen. Ah, okay. Und dann in der Sekunde kommt dann noch Markus, das geht doch gar nicht. Markus, ihr müsst euch auch mal absprechen. Markus. Markus und Markus. Also, ihr müsst euch auch einfach mal ein bisschen absprechen. Ah, MB sagt, streck dich mal. Das ist so gut. Das ist so sehr gut. Oh, 22.30 Uhr. Nee, 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 nee. Ah, Freunde, Freunde. Aber ich freue mich weiterhin mit Sicherheit, dass ihr alle so aktiv im Chat seid. Da hatte ich Ballaton-Streams, da waren auch irgendwie 15 Leute am Start und keiner hat geschrieben. Immer schön, wenn, 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 wenn ein bisschen Party geht. Das macht ihm, macht ihm nochmal, nochmal mehr Spaß. Diese Strömen. Ja, die müssen, okay, das ist schon mal ganz gut hier, aber insgesamt müssen wir das hier irgendwann fertig kriegen. Das hilft halt natürlich auch, ne? Also, wenn wir das hier fertig haben, irgendwann mal, dann können wir hier ganz entspannt mit unseren 400 Einwohnern, aber was wir dann hier haben, können wir dann, ähm, können wir dann den ganzen Kram hier bediesen. Das liegt an dir. Ich meine, du kannst ja selber einen Stream anwerfen. Du kannst ja einfach selber streamen. Das ist doch immer eine gute Idee. Wom hat denn der Bauer aufgehört? Haben irgendwas Sinnvolleres gefunden? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich haben sie was Sinnvolleres gefunden. Ich bin ja aktuell dabei, die, ähm, ganzen Marvel-Filme und Serien in chronologischer Reihenfolge mir reinzuziehen. Ja, ich bin schon ein paar Wochen dabei. Und bin jetzt bei Falcon and the Winter Soldier. Und davor habe ich, das sind ja wie drei Serien hintereinander, direkt hintereinander weg. Äh, erst Loki gesehen. Loki fand ich richtig gut. Habe mich richtig abgeholt. Dann habe ich, ähm, ähm, Wet Scarlet geguckt. Also, ähm, wie hieß es? Ähm, WandaVision. Die ersten zwei Folgen. Hat mich jetzt nicht so unbedingt abgeholt. Fand ich richtig schrecklich. Fand ich ganz schlimm. Und danach ging's. Also, hinterher wurde's besser. Muss man, muss ich wirklich sagen. Hinterher wurde's wirklich besser. Aber die ersten zwei Folgen war so, boah, ich wär jetzt auch froh, wenn das jetzt hier mal zu Ende wär. Wie lange geht denn der Spaß? Gegen Ende wurde's dann immer besser. Uiuiuiui. Jetzt wie ich bei Falcon and the Winter Soldier. Ähm, das ist ganz cool, dass diese ganzen Charakter, die, die schon mal irgendwo mal kurz zu sehen waren, oder eine kleine Rolle gekriegt haben. Ähm, dass auch die, äh, immer wieder, äh, in, in diesen, diesen Serien und so, äh, dann, dann Auftritte haben. Und, äh, da nochmal ein bisschen mehr Backstory bekommen. So, das find ich ganz cool. Das gefällt mir. Warum fährt ein Bus da lang? Das ist ne, das ist ein Fußweg. Freunde, man muss kein Bus langfahren. Stream-Spelti beim Wäsche-Zusammenfalten. Ja, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Die Uhrzeit ist für Koglu zu spät. Hab mitbekommen, äh, dass für verschenkte Subs, äh, sich die Stream-Zeit verlängert hat. Ja, das ist korrekt. Das ist durchaus... Aber das ist auch das einzige Mal, dass ich das jetzt hier mitgemacht hab. Also eigentlich, wär ich da nicht so riesenfreund von, aber, hey, ihr wolltet das. Nächstes... Ich mein, äh, ich hab auch zu viel Spaß am Ende des Tages, ne? Also, ich hab dann halt, um, um 18.30 Uhr oder was ich dann, äh, sonst beendet hätte, würde ich dann irgendwas zu trinken geholt. Und hätte noch ein bisschen Serie geschaut, ins Bettchen gelegt. Und so, äh, hab ich halt noch, um die Dreschen länger gemacht. Oder zweieinhalb. Ich weiß nicht, da war du Markus. Ich hab vorher, also vorher, mein, also mit vorher mal hier relativ, nachdem mein W losgelegt hat. Hey, nee, stopp. Bis 21 Uhr das Maximum. Hör auf. Nee, nee. Aber Markus, wenn du da, wenn du dabei gewesen wärst, hätte ich sofort gesagt, hier, das Sub sind fünf Minuten. Das halt, sonst hätte ich das nicht überlebt. Das hätte ich doch nie geschafft. Wieder wieder Horostream. Du wolltest ja auch nicht unter... Nein. Welcher von den beiden Horostreams? Ich hab zwei gemacht. Aber nein, ich hatte keinen Spaß. Also, Devour mit Parti und TA hat gar keinen Spaß gemacht. Ich hatte gar keine... Also, ich... Das war einfach doof. Da hatte ich gar keinen... Mit den Narkas, mit den beiden Mädels und TA, mit den beiden, äh, mit den dreien hatte ich richtig Freude. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber Devour hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich hab da noch nie 50 Subs verschenkt. Ja, das ist... Was? Hast du bei mir noch nie 50 Subs verschenkt? Ey, Markus, ich bin ja schon fast enttäuscht. Ich bin entwustet. Ähm, nein, aber ich kenn dich ja, Markus. Also, wenn du einmal loslegst, dann gibt's aber kein Halten mehr. Dann ist es vorbei. Habe ich einen verpasst? Eventuell. Dann hast du einen verpasst. Tatsächlich, dann müsstest du einen verpasst haben. Weil, äh, wir haben zusammen mit den... Mit den... Mit den Narka-Schwestern. Mit Carolin und Nadine. Mit den beiden Mädels. Haben wir, äh, Phasmophobia auf sehr schwer gespielt. Ähm, T.E. und ich hatten eigentlich nur Angst und wollten uns an den Händen fassen und... Ah, Hilfe! Ähm, und die beiden haben ein bisschen gelacht. Ich glaub, das war ein gewisser Elusius. Ja, das könnte ein gewisser Elusius gewesen sein. Der auch. Komm. Ihr tut euch da alle nicht viel. Ihr tut euch doch alle nicht viel in der... In dieser... In dieser, äh, Sache. Aber ich verpasst. Äh, habe ich ihn in der Ankündigung gesehen. In welch... In welcher Ankündigung? Ich hab nichts angekündigt. Ich... Ich... Ich kündige... Ich kündige nichts. Hier gibt's... Bei mir wird alles spontan entschieden. So wie dieser Stream. Der auch einfach... Oh Gott, der wird auch so groß sein. Obwohl, ja. Ich, äh, ich... Den... 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 Mein Ballaton One ins Crusader Kings knall ich ja konsequent auf... Auf... Auf YouTube. Ähm. Und ich hab viel zu viele Folgen. Also, das ist... Ah, ja, ja. Ich hab viel zu viele Folgen. Und, ähm... Ja. Das gleiche habe ich jetzt auch mit... Mit... Mit Workers vor. Ab morgen gibt's dann die erste Folge. Zum Nachschauen quasi. Äh... Genau. Da hab ich... Hab ich heute... Heute Vormittag schon... Schon... Ein bisschen was vorbereitet. Also muss ich die acht Stunden ja nachher neu schneiden. Iiuiuiuiuiui. Diebefehlen Ballaton. Ja, ich sag ja auch immer, ne? Das ist ja auch so eine Art Ballaton hier. Das ist ja auch Region... In der Region... Das passt schon irgendwo, ne? Das ist schon okay. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Ballaton hier. Bisschen Ballaton-Action. Eigentlich ist das der Ballaton, den wir hier spielen. Und der... Schon gesagt, der Ballaton der 60er Jahre ist das hier. Das ist der Ballaton der 60er Jahre. Und wir brauchen hier noch 1300 Kilogramm Bretter. Um die Wohnung fertigzustellen. Wird mal Zeit, dass mal einer losfährt hier. Kann ja nicht sein. Da kommen die Bretter, oder? Sehr schön. Bretter rein. Sehr gut. Zack. Acht Leute drin. Ja, sehr gut. Wenn der linke Daumen einbandagiert ist... Äh... Es ist dämlich zu schreiben auf dem Tablet. Oh no! Ich wähl die gute Besserung. Erstmal gute Besserung. Trust of all. PC genauso, ja. Wenn der einbandagiert ist, dann funktioniert das nicht. Oh, nicht gut. Nicht gut genug. Ach, guck mal. Wir machen immer noch Gewinn, obwohl wir für 3000 Rubels haben wir Leute eingeladen. Obwohl wir so viel eingeladen haben. Hier muss er jetzt gerade erstmal alle anderen Sachen fertig machen. Was haben wir hier? Die Schule läuft doch schon mal. Das ist doch gut. Ich würde sie aber trotzdem nochmal auf null stellen. Am Montag in Notfall. Aber jetzt geht's langsam wieder. Was hast du gemacht? Spielt ihr? Wir fragen da. Was passiert? Ah, guck mal. Guck mal einer an. Das Lager... Das Lager für Fahrzeuge steht dann schon mal. Lauch und Daumen geschnitten. Nein. Spädi, du musst dich doch nicht gleich als Lauch bezeichnen. Ah, Gott. Dankeschön. Kann ich das irgendwie noch umändern? Ich kann das Gebäude transparent machen. Nein. Freilager. Groß. Welches Gebäude ist denn hier im Weg? Da. Da ist noch einfach fertig. Schon abtransport... Äh, äh, was? Ich meine, schon für ihn abtransport gesorgt. Das ist eine Discord-Nachricht. Mal gucken, ob ich eine Discord-Nachricht habe. Nicht wirklich. Oh, Gott. Jetzt schreiben sie mir alle. Ah, super. Nice, nice, nice. Sehr cool. Richtig cool. Danke dir. Code Blue Mods. Die empfohlenen Code Blue Mods. Sehr geil. Wer streamt eigentlich alles gerade? Ganz kurz mal reingeschaut. Kurz geschaut schon mal, wen wir gleich vielleicht waden könnten. Wir haben eigentlich zwei Optionen heute. Beide waren im Stream. Beide waren heute im Stream dabei. Markus, danke dir. Super, super lieb von dir. Richtig cool. Mega, mega nice. Vielen lieben Dank für die kleine Mod-Liste. Das heißt, bis nächstes Mal bin ich dann gewappnet. Für ein wenig Action. Ein wenig mehr Action. Kannst ja mal durchschauen. Hier oben mache ich, mache ich. Nicht heute. Zum nächsten Stream werde ich es machen. Also zum nächsten Worker-Stream. Wie gesagt, also ich, dieses Train. Mein Gott, wie hieß das Spiel jetzt schon wieder? Das Train-Spiel, was die liebe Markus empfohlen hat. Das würde ich mir vielleicht die Demo auch nochmal angucken. Das klingt echt interessant. Train-World. Dankeschön. Mein Gott. Fast acht Stunden, ne? Ihr verzeiht mir. Ihr verzeiht mir. Würde ich mir super gerne auch nochmal anschauen. Train-World. Vielleicht. So, Manuela Kauf. So, das reicht schon. 62 Arbeiter. Und dann gehen wir noch. Ach, guck mal, die gehen auch wieder dabei. Ja. Alkohol. Puh. Schnaps. Wir produzieren Alkohol. Ach, großartig. Ganz, ganz fantastisch und großartig. Könnt ihr Alkohol hier mitnehmen? Ihr könnt Alkohol mitnehmen. Dann nehmen wir mal ein paar Fläschchen mit. Wir wollen hier rein. Das kann man direkt mal runter scrollen. B-Laden. Nicht entladen. B-Laden. Hops. Und, oi, oi, oi. Wo haben wir denn unsere Kneipen? Ist das eine Kneipe? Das war eine Kneipe. Sehr gut. Wollen wir denn noch mehr Kneipen? Kneipen, Kneipen, Kneipen. Kneipen. Kneipe 3. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Kneipe 2 hier irgendwo. Hier ist Kneipe 2. Mehr Kneipen haben wir nicht. So. Richtig gut. Geh nicht vor Ort. Sau vor Ort. Sehr cool. Ich werde es mir spätestens am Dienst heranschauen. Da habe ich Zeit. Sehr gut. Endlich. Wodka. Code Blue Wolf. Das Wort. Ganz reine Seele. Schön. So. Wir stoppen den automatischen Einkauf. Hier. Hier und. Wo haben wir sie denn jetzt? In unserer Meinung. Den haben wir. Und wollen wir unsere dritte Kneipe? Ach da. Da ist die dritte Kneipe. Was gibt es für einen öffentlichen Nahverkehr? Aktuell Busse. Aktuell Busse. Aber vielleicht gibt es auch irgendwann noch mal eine Tramlinie oder so. Oder eine Metro. Das Update war ja das Metro Update. Da können wir vielleicht auch noch mal früher oder später uns was anschauen. So. Dann hätte ich ganz gern von diesem kleinen. Oh ja. Hier 6 Tonnen. Das ist auch noch ganz gut. Wo wir auch noch mal 3. Wo wir auch noch mal 3. Wo wir auch noch mal 3. Waren die denn los? Sollt ihr Alkohol hinliefern? Gesundheit ist niedrig. Warum? Und kein Krankenhaus, blöde. Ist unser Krankenhaus überfüllt? Ist es kalt drin? Nein, es ist nicht so kalt. Das ist schon okay hier. Unser Krankenhaus ist derbe überfüllt. Ups, das ist... Hier holen wir mal ein paar Krankenlägen. Was ist das? Ach, das können wir ansprayen. Das können wir ansprayen. Wir haben nicht genügend Ärzte. Oh, 13 Leute mit Uni-Ausbildung sind uns auf Flöten gegangen. Es ist teuer. Es ist super teuer. Es ist super teuer, aber wir brauchen mehr qualifiziertes Personal. Wir brauchen mehr behandelte Personen. Und wir brauchen auch mehr Professoren. Das bedingt sich gerade einfach. Da geben wir das auch gerne aus. Zu viel Lauch geschnitten im Ballaton? Vielleicht. 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 Wahrscheinlich sogar. Sehr wahrscheinlich. So, das steht hier alles. Sehr gut. Jetzt können wir mal gucken, was unsere Bauämter denn sonst noch so machen. Was macht ihr denn gerade? Straßen? Wohnungen? Stahlwerk? Natürlich. Oh, ein Stahlwerk wird auch schon angefangen. 4% haben wir hier schon. Sehr cool. Oh, slowly but steady. Sehr schön. Slowly but steady. Wunderbar. So, klappt das mit dem Alkohol? Mit dem Alkohol? Mit dem Alkohol? Ich hoffe. Betriebsbüro ist beauftragt. Gut. Aber der fährt jetzt bei 30% los wahrscheinlich, ne? Sind das nicht schon 30%? 3,75 wäre 50%? Äh, ja. Ja, ne, das müssten schon unter 30% sein. Fahrzeuge entladen Ladung in Gebäude, wenn die Lage im Gebäude zu einem geringeren Prozentsatz gefüllt sind. Okay, wenn wir jetzt sagen... 40%. Bitte, ne? Aus? Ne? Das wird dann keiner aus. Okay. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Eigentlich müssen wir das hier easy hinfinden. Aber, ah, wir haben hier nur 1,3 Liter. Mehr ist hier noch nicht angekommen. Weil die Linie noch nicht passend ist wahrscheinlich. Weil hier nur ein Fahrzeug drauf ist. Das wäre so meine Vermutung. Es ist nur ein Fahrzeug drauf. Socken geht besser als Wäsche zusammenfaltend. Ich erinnere mich nicht daran. Ich muss gleich auch noch ein bisschen was zusammenfalten. Das meiste ist schon weg, aber... Die zwei Hosen... Die zwei Hosen und irgendein T-Shirt waren ja nicht so ganz... Äh, noch nicht ganz trocken. Obwohl ich gerne Socken falte. Nice. Erstmal ein paar Socken falten. So, wir halten uns wacker über den 4 Millionen. Mit wacker meine ich natürlich... Gerade eben. Und noch. So, das wäre ein positiver Monat aktuell gewesen. Ohne die Einwanderung. Ist doch erst der 15. Februar. Na gut. Das sind wieder super viele krank. Ist minus 3 Grad. Ah, nicht gut. Loll. Wir haben schon wieder tausend Leute verloren. Was ist denn das mit dem Winter immer? Es ist doch warm. Es ist doch warm. Hier arbeiten 23 Leute. Es ist doch alles hot. Hier ist auch noch alles hot. Und wir haben hier keine Beschwerde von wegen... Es ist zu kalt. Warum sterbt ihr denn alle schon wieder? Ohne Todesfälle. Ich verstehe es nicht. Ich bin da noch nicht so ganz hinter gekommen. Wie...so... Wie die einfach komplett droppt. Die Gesundheit. Absolut wild. Wir haben sieben Rennungswagen hier drin. Mach Vollgas gerne. Also ich bin... Ich bin ein bisschen geschockt und verwirrt. Ich bin ein bisschen geschockt und vor allem verwirrt. Wir sterben ja alle wieder weg. Wir haben nur das Krankenhaus. Also ja, es ist überfüllt. Durchaus. Wir machen das Ding mal voll. Wir hoffen, dass sie alle hier reingehen. Und hier arbeiten. Ich würde die Patienten mal wegkriegen. Das ist halt super bitter, ne? Dass wir irgendwie tausend Leute... Ich meine, das... Das Ding ist halt... Ich verstehe nicht, warum dann... Warum so viele im Winter dann auf einmal ins Krankenhaus müssen. Also ich... So, jetzt... Kommen wir so langsam hinterher. Ich sehe es einfach mal zu spät. Mir fällt es selber zu spät auf. Mir fällt es selber zu spät auf. So, jetzt macht sie mal weg hier. Aber jetzt ist auch schon wieder... Kein Schnee mehr da. Und Ende Februar. Ja, Wahnsinn. Absolut crazy. Corona. Ja, so ein bisschen. Jetzt steigen sie wieder. Jetzt steigt doch die Gesundheit wieder. Die Kriminalität. Geht eigentlich, ne? 100% in diesem Jahr. Gut, 40% im letzten Jahr. Aber insgesamt schon okay. Schon okay. Na, Kanadin. Hallo ihr Lieben. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Hallihallo meine Liebe. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Freut mich, dich zu lesen. Wir spielen Workers und Ressources. Kennst du Workers? Weißt du, was hier passiert? Abgesehen davon, dass meine Bevölkerung schon wieder hops geht. Es ist so traurig. Guck dir das an. Meine Bevölkerung. Hier gingen sie das erste Mal hops. Das war der erste Winter, den wir hatten. Und das ist jetzt der zweite Winter, den wir hatten. Das ist der Wahnsinn. Und Markus, das ist ein absolut verdienter Sub. Annaka. Nadine. Den hat sie sich auch mehr als verdient. Alleine, weil sie Hallo gesagt hat. Das reicht schon. Die Temperatur in den Gebäuden. Links beim Map-Icon sehen. Unter Gebäude eingeschifft, ne? Die Temperaturen links im Map-Icon. Ich zeige Overlays. Die Temperatur bräuchten wir dann hier. Freude-Eigenschaften. Das ist doch hier warm. 24 Grad. Hier sind 20 Grad. Aber das ist ja kaputt. Quasi. 18 Grad. 18 Grad. Aber 18 Grad ist doch auch fein. Come on. So Schal anziehen. Das reicht doch schon. Ja, sie. Hoffentlich auch. Ne, tatsächlich kenne ich es nicht. Aber sieht toll aus. Das ist Blau Berg. Und wir spielen Work as an Resources. Hier geht es technisch gesehen darum, dass man eine sowjetische, ein sowjetisches Land in Anführungszeichen führt. Und Städtebausimulation, aber super, super, super komplex. Was bedeutet komplex? Wir haben Bewohner. Wir haben verschiedenste Bedürfnisse. Von Nahrung, Medizin, Alkohol, Sport, Religion, Kleidung, alles mögliche. Die haben ganz viele Bedürfnisse, die wir auch alle mit Gebäuden und unter anderem befüllen müssen. Und dann gibt es hier ein Kino, wo sie hingehen. Und genau. Ein Einkaufszentrum. Hier gibt es dann zum Beispiel Essen, Kleidung, Elektronik. Essen ist hier gerade ausverkauft. Aber Essen kommt hier gerade. Essen auf Rädern wird hier gerade geliefert aus unserer Lebensmittelfabrik. Wir haben eine Lebensmittelfabrik hier unten. Wir müssen den Autokauf wieder einstellen. Wir haben eine Lebensmittelfabrik. Also es ist so komplex, dass man sagen kann, okay, wir haben hier ein Feld. Dann haben wir hier einen Bauernhof. Das wird dann, das beerntet dann, oder das backert dann das Feld. Dadurch kriegen wir Pflanzen. Daraus werden dann Lebensmittelfabrik hergestellt. Und dann geht der ganze Kram hier rein. Genau. Und wir müssen uns um Strom kümmern. Wir haben hier ein Kohlekraftwerk. Und wir müssen uns um Heizung kümmern. Deswegen sind wir wieder alle hops gegangen, weil wir leider, im Winter keinen, ich weiß nicht, ich bin nicht kompetent genug. Dafür ist es der Wahnsinn. Wir müssen für Verheizung sorgen. Und genau, das Ganze mit Import-Export. Und ja, dann baut man sich hier so einen kleinen Plan statt. Hier, das wird unsere zweite Stadt. Vielleicht heißt sie irgendwann Naka City. Wer weiß, wer weiß. Genau. Und du kannst halt alles instant bauen. Oder du sagst halt, ey, ich produziere Kies, Öl, Asphalt, Beton. Ich produziere den ganzen Spaß selber. Irgendwelche Platten für die Plattenbauten. Und dann kannst du das oder musst es eigentlich auch in erster Linie mit Konstruktionsbüros alles selber bauen. Also, hei, 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 hei. Äh, das ist super duper komplex. Und, ähm, ist schon, ist schon nicht ohne. Also, ist schon, es macht aber auch echt viel Spaß. Also, muss man, muss man wirklich sagen. Es ist, man muss auf super viel achten. Äh, da fehlt ein Zentimeter Weg und schon funktioniert gar nichts mehr so ungefähr. Das ist mir schon mehrfach passiert. Ähm, richtig vielfältig. Oh, ja. Oh, Mist. Aber mir würden die direkt am ersten Tag hops gehen. Oh, ja. Vielleicht, vielleicht. Hei, 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 hei. Nein, ich sitze vor der Statistik. Ah, nein, ich sitze schon mehr vor der Statistik. Momentchen mal. Gleich sitze ich nicht mehr vor der Statistik. Gleich sitze ich nicht mehr vor der Statistik. Da, so. Verlängerungsziel erreicht. Wuhu. Acht Stunden. Ähm, genau. Hier. Hier, das war der erste Winter. Und das war der letzte, zweite Winter. Der zweite Winter fühlte sich jetzt nicht ganz so schlimm an. Aber von 4.000 auf 2.000 ist halt nicht viel besser als von 3.000 auf 1.700 oder 1.500. 1.400 ist hier im Minimum. Es geht so langsam wieder weg auf. Also, man sieht es auch sehr schön an den Todesfällen. Markus, danke für die 100 Corgi-Millis. Man sieht es auch sehr schön an den Todesfällen. Genau. Und da wird einfach jeder von den Leuten mit einfach simuliert quasi. Oh, unsere ganzen Babys sind alle wieder drauf gegangen. Die haben wir uns doch alle mühsam angeschafft. Naja. Jetzt haben sie genug zu essen. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Wir müssen den Autokauf tatsächlich doch wieder anmachen. Weil wir jetzt natürlich nicht mehr, ähm, nicht mehr genügend... Na, hier funktioniert es noch. Ähm, weil wir nicht mehr genügend Leute haben, die das bedienen können. Also uns fehlen ja jetzt 1.000 Mann. Also irgendwo müssen die ja... Irgendwelche Arbeitskräfte fallen ja hier weg. Hier sind nur 2 Tonnen drin. Hier sind nur 2,4 Tonnen drin. Das ist natürlich viel zu wenig. Hier überhaupt produziert. Ja, aber nur ganz, ganz langsam. Deswegen. Ah, mit Schwung muss man immer rechnen. Oh ja. Upsi, die Babys. Ja. Die armen Kinder. Denkt denn keiner an die Kinder. Großartig. Ah Gott. Hm? Wait a second. Ist hier gerade im Discord. Das Partsy... Okay, okay. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Was ich aber verstehen muss, ist auf jeden Fall, dass ich die Kamera wieder machen muss. Neue machen macht mehr Spaß. Ja, das stimmt. Machen ist spaßiger, als das sich drum kümmern, glaube ich. So, der Rohstoffspeicher hier steht schon mal. Jetzt müssen sie noch den hier bauen. Warum wird das nicht gebaut? Weil das hier nicht gebaut wird. Ah, das ist crazy. In der Apokalypse werden die Kinder zuerst gegessen, deren Fleisch ist noch jung und zart. Aber es ist wenig dran. Und, äh... Zu... Zu leid. Zu leid. Vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen in der kleinen Community hier. Freut mich, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich... Jetzt ein kleiner Tilter. Ich sag's wie es ist. Es ist ein kleiner Tilter. Dass jetzt schon wieder tausend Leute hops gegangen sind. Aber wir haben ja jetzt wieder ein Jahr Zeit, um es wieder aufzubauen. Das ist doch besser als ein Rind. Ah, Party geht nicht zu 100% davon aus, dass er gesund ist. Er wäre aber am Dienstag, ähm, wo sein... Dabei wäre er am Dienstag. So entstand im letzten Film. Okay, okay. Deswegen, ich hab's nicht so ganz verstanden, warum er... Weil... Ich hab jetzt nichts von dem Werk gelesen, deswegen war ich ein bisschen verloren. Aber auch nicht... Nicht dramatisch. Im Zweifel gucken wir halt... Gucken wir halt auch wieder hier rein. Wenn uns... Wenn das... Wenn das deutlich alles hinhaut. Ähm... Merken fürs nächste Mal... Endlich mal einen Winter schaffen, ohne dass uns alle hops gehen. Das wäre doch großartig. Er plantet defensiv an. Ach Gott. Da muss man doch nicht defensiv planen. Aber gut. Ähm... Wir haben unsere 8 Stunden erfüllt. Wir sind... Wir... Wir gehen definitiv irgendwann pleite, wenn wir so weitermachen. Wir gehen definitiv pleite irgendwann. Aber... Wenn das Stahl weg steht. Dann... Dann ist es großartig. Genau, morgen... Genau. Zweck testet morgen, ob's klappt. Ähm... Oder wie es ihm geht. Das stimmt. Das hat er... Das hab ich auch schon gelesen gehabt. Aber... Ähm... Ich... Glaube an unseren Zweck. Defensive ist die wahre Defensive. Genau, ne? Habe ich nicht irgendwann mal gesagt? Wir müssen darauf achten. Dass die Leute hier nicht reingehen. Kommt. Äh... Also... Dann verlegen wir nochmal die Leute, die hier wohnen. In... Sinnvolle Häuschen. Auch einen haben wir noch. Ich glaub der eine wird sterben. Ich glaub der eine stirbt. Wir können glaube ich nicht ganz so viel für ihn tun. Es tut mir leid. So. Okay, aber hier... Sehen wir jetzt gerade auch... Hier wird endlich immer auch weiter gebaut. Wett geht kannst du das... Uh... Das ist ne gute Idee. Schleich mir meinen Lurk. Falls man sich nicht mehr hört, wünsche ich ihm viel Erfolg. Bitte achte auf die Babys. Ich geb mein Bestes. Ich geb mein Bestes. Aber... Ihr habt vollkommen recht. Es gibt noch so eine Karte. Naja, das ist noch nicht perfekt. So ist es besser. Weil dann bin ich nicht so... Über der Stadt. Als kleines Abschiedsbild hier. Vielen lieben Dank. Für euren unfassbaren Support schon wieder. MB, Markus und alle... Und alle dazwischen und außerhalb. Für jeden... Für jeden Follower heute. Vielen lieben Dank. Ähm... Krasse 80 Stunden. Ich bin... Krasse 80 Stunden.